Hey, was machst du nur mit deinem Leben? Niki, was machst du nur mit deinem Leben? Du weißt doch, wer ich bin, oder? Ah, ich weiß nicht, wer du bist. Ja. Ich bin's, hallo. Du kannst jetzt ruhig ausrasten, ich gebe dir jetzt die Erlaubnis, ne? Jetzt? Jetzt einfach sofort ausrasten, genau. Ja. Ja? Ich bin's, ja. Ich habe ihn getroffen. Beruhig dich jetzt. Nein. Ja, ja, ja. Ich bin's. Nein, fake, es ist weg. Halt die Schnauze, die ***. Oho! Das war aber heiß, aber gewaltig, ne? Jamie! Ja! Ja! Move! HAAA! Ich bin jetzt schon das erste Mal seit Wochen mal wieder hier drauf. Und ich treffe hier nur Spasten. Und damit meine ich dich. War natürlich nur Spaß. Also, ich will ja nichts sagen oder so, aber kannst du dich ruhig ausziehen, ne? utielen, ne? Ja! Soll ich mal eine Kerze in die Hand nehmen oder... ...dass ich mal eine Kerze in die Hand nehmen oder... ...die Kerze, die hier auf meinem Klavier steht oder die Kerze in meiner Hose? Warte mal, warte mal. Warte mal kurz. Okay. Warte mal. Ich warte. Warte mal. Ich warte immer noch, ja. Warte kurz. Ja, 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 ich warte. Ja, warte, warte, warte. Ja, ja, ich warte. Warte mal. Achso, ich soll warten. Achso, das wusste ich gar nicht. Ja, doch, aber ich warte. Okay. Ja, ja. Ich kann nicht sogar auf meinen anderen. Nee, da muss ich mich anmelden, warte mal. Ja, nee. Warte. Was immer du tust, wo immer du bist, ich werde dir bleiben, warten noch nicht. Wir legen jetzt ganz langsam die Waffe weg, okay? Ganz langsam, ganz langsam die Waffe weg. Okay, beruhig dich, okay? Wir kriegen das hin. Okay, es wird alles gut. Es wird, ey, wow, wow. Also, also, denk dran. Du, es gibt Personen, die dich lieben. Oder vielleicht auch nicht. Okay, dann halt nicht. War ein Versuch wert. Willst du mir grad zeigen, wie lange dein Penis ist? Oder was ist hier so was? Alle meine Händchen schwimmen auf dem See, 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 See. Ja, war auch gut. Danke. Ich nehme jetzt auch Gesangsunterricht und zahle da echt viel Geld für. Deswegen ist es echt schön, dass man da jetzt echt Ergebnisse schon sehen kann. Weißt du? Willst du meinen Schwanz sehen? Ja. Ich glaube, das kam nicht glaubwürdig genug. Aber jetzt bitte nochmal ausrasten. Ja, ha, ha, ha. Ich bin's. Ja, ich bin's, ey, wirklich. Bist du es? Ja, ich bin's. Nein. Ich bin's. Ich bin's. Ne, ne, ich bin's wirklich. Ich bin's. Oh, Mann. Ey, ist es? Ne. Ich, 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 ich bin es. Die 10 Euro PayPal schicke ich dir dann später, ja? Wenn wir machen, ja, du weißt ja, ja. Ja, dann. Okay, super. Gibt's ein Einhornsee? Ja, will ich. Wow. Äh, hast du ernsthaft, YouTube? Wie heißt du? Ich bin Jamie fucking Beryl. Da fragt er, ob ich wirklich auf YouTube mache. Ach, du heilige Stück Scheiße. Ne. Ist das, nein, warte. Ist das jetzt dein Ernst? Das ist dein Ernst. Das ist dein Ernst. Oh mein Gott. Nein, nein, also jetzt, jetzt, jetzt ohne, ne, jetzt ohne Scheiße. Ist das, ist das jetzt dein Ernst? Okay, tschüss, jetzt, äh. Warte mal, stop, 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 stop. Warte mal, warte mal, du pleitest jetzt von. Warte, warte kurz. Was? Warte, okay? Warte mal kurz. Ja, ich warte, tsch, tsch, tsch. Was ist jetzt schon wieder? Mach die Perücke irgendwo drauf. Was? Was für ne Perücke? Sag mal. Willst du mich jetzt eigentlich irgendwie verarschen oder so? Weißt du, wie lange ich gebraucht habe, um diese Haare zu wachsen, hä? Warte mal kurz. Hast du mich gerade Bastard genannt? Und welcher? Was? Was? Haberst du hier schon wieder für ne Scheiße? Und schlügeln. Oh krass, möchtest du vielleicht mal mein Einhorn sehen? Ja. Okay, kein Problem. So Jungs, gleich haben wir's. So. Jamie, du kleine Hurensohn. Du bist ein scheiß Nigga. Ja, du wirst immer bigger. Du trickierer Wichser, du hast keine Mutter. Scheiß Wichser, guck mich zu sehen. Jamie, Jamie. Ja? Ich grüße noch jemanden. Nein, du grüßest keinen mehr! Mich würde jetzt echt mal interessieren, ist Chatread für euch jetzt ein bisschen ausgelutscht und habt ihr nicht mehr so wirklich Spaß dran? Oder mögt ihr es immer noch und wollt weitere Chatread-Videos? Lasst es mich wissen, schreibt es in die Kommentare. Und wenn es euch gefallen hat und mehr Chatread wollt, dann lasst ein Like da. Und ja Leute, dann würde ich mal sagen, bis zum nächsten Video. Haut rein und vielen Dank. Und da, woop!